Hanau, ja, wieder ein schreckliches Attentat, eigentlich ein erweiterter Suizid und der Täter war garantiert sehr psychotisch oder sehr geisteskrank, aber natürlich war auch mindestens eine kleine Prise Rechtsradikalität mit, denn sonst hätte er ja nicht so gezielt sozusagen die Leute angegriffen. Ja, also die ganze Rechtsradikalität hier war es allerdings, glaube ich, da war es ja islamischer Terror, aber es spielt ja keine Rolle sozusagen diese ganzen Kriege. Also in Wirklichkeit haben die ganzen Menschen das Problem darin, dass sie die Könige nicht lieben und irgendwie rebellieren gegen die Könige. Ja, ich habe ja, wir sind ja gerade in der Könige lieben lernen Serie, ja, habe ja dargestellt, dass eben wir regiert werden von 200 weltweiten Milliardärskönigen sozusagen, die nun mal die Welt regieren und die natürlich auch sozusagen genauso wie in den USA, die damaligen Großplantagenbesitzers, Milliardäre der Südstaaten sozusagen sozusagen sich eben aus Afrika Sklavenarmeen geholt haben, um eben billigere Arbeitskräfte zu haben und so weiter. So hat selbstverständlich haben auch die heutigen Könige, unsere Milliardärskönige, holen natürlich auch nach Europa rein, was es so an Sklaven auf der Welt gibt und so weiter, damit sie dann eben auch hier im Niedriglohnbereich, also im niedrigqualifizierten Bereich eben auch dann eben den Mindestlohn unterlaufen können und dann eben so mit drei Euro die Stunde hinkommen statt mit zwölf Euro oder zehn Euro oder was auch immer pro Stunde ist. Ja, und das ist eben einfach, das ist der Gang der Dinge. Dadurch, dass durch den Kapitalismus sozusagen diese Spaltung zwischen uns, zwischen Königen und sozusagen Milliardärskönigen und Sklaven erst so richtig entstanden ist, sozusagen, was es vorher überhaupt nicht gab, ja dadurch ist es halt einfach so, dass die Sklaven reingeholt werden und dann regt sich natürlich der Hanau-Täter, die regen die ganzen Rechtsradikalen und die AfD, die regen sich natürlich darüber auf, die Wähler, dass eben ihnen da Sklaven vor die Nase gesetzt werden, die eben Billigsklaven, die in ihrem Bereich, nämlich im Bereich der niedrigqualifizierten Jobs, ihnen die Jobs einfach wegnehmen, die Plätze wegnehmen, überall setzen sich die ausländischen Bettler, besetzen die Plätze für die Bettler, Plätze, besetzen die Plätze für die Musiker, nehmen all diese Ausländer, nehmen im Niedriglohnsektor allen alles weg, sozusagen, ja, weil sie einfach bereit sind, natürlich für viel weniger Geld zu arbeiten und viel, ja und eben, ja und für die, für die, für die, unsere Milliardärskönige, sozusagen, ist das natürlich okay, weil die ja durch den Kapitalismus, sozusagen durch die Erfindung des Tauschhandels ja abgespalten sind von uns, aber wir dürfen in unseren Köpfen, also diese Spaltung nicht vollziehen, also in jedem dieser Attentate steht ja auch so eine Art Protest, ein Aufbegehren gegen das, was die Könige machen, nein, ich will diese Konkurrenz im Niedriglohnbereich und im Mindestlohnbereich will ich nicht im Lande haben, und deswegen erschieße ich die jetzt sozusagen und so weiter und, ja und das ist letztendlich immer auch auf dem Aufbegehren gegen unsere 200 Milliardärskönige der Welt, sozusagen, ja, die uns beherrschen und wir müssen diese lieben lernen und müssen verstehen, dass wir den Kapitalismus, dass unser Einzige, das Einzige, was wir erschießen dürfen, ist das System, soziale Marktwirtschaft und das Systemkapitalismus, weil es uns alle ja in diese Situation gebracht hat und wenn wir das Systemkapitalismus und Systemmarktwirtschaft beenden und dann, dann werden wir alle so glücklich sein, dass es auch solche erweiterten Selbstmorde nicht mehr gibt und so weiter, wir werden dann all das abschaffen können, also so sieht die Lösung aus, die Beendigung des Kapitalismus durch die Forschungsergebnisse der zweiten Scientist for Future 2 beendet auch alle Amokläufe und Terroranschläge und Attentate und so weiter, ja. Ja, und jetzt war dann als nächstes Thema, war dann die Nummer zwei hier, war Peter Weber mit Hallo Meinung, wieder jemand, der meint völlig ohne Bildung und ohne Wissen, wieder die Menschheit desinformieren zu müssen mit seinem Gedankengut. Ja, aber das ist halt nun mal Fakt, jeder, der irgendwie Öffentlichkeitsarbeit macht, macht immer diese Öffentlichkeitsarbeit aus seiner Ideologie heraus, es sei denn, er ist mit der Naturwissenschaft so gut im Bunde, dass er sich von fast möglichst jeder Ideologie befreit hat, ja. Ja, hier, also wir müssen noch mal dran erinnern, hier, wo ist es, hier gucken wir uns da mal, gehen wir mal auf die Professorinnen bei den zweiten Scientists for Future 2, habe ich das jetzt schon aufgemacht, warum jetzt reagiert es, und hier, also wenn wir uns noch mal klar machen, wer waren die großen Ideologieangreifer, Kopernikus, Kepler, Galilee, Newton, Hawking, Gregor Mendel, Wallace, Darwin und dann, ja, all diese Professoren und Naturwissenschaftler und sonstigen Professoren sind Ideologieangreifer. Also das heißt, was die berichten, ist ziemlich ideologiefrei, während ja der normale, sozusagen der ganz normale, sozusagen YouTube-Journalist oder auch der normale Journalist immer nur von Ideologien geprägt ist und natürlich über den Rand seiner Ideologie nicht hinausschauen kann. Und genauso natürlich Peter Weber mit Hallo Meinung, ja, also da, sozusagen, er behauptet zum Beispiel so, dass die Extreme in der Gesellschaft ja nur durch die schlechte Politik gekommen seien. Er beschwert sich also über die schlechte Politik. Das ist auch wieder völlig irrational, weil er nicht erkennt, dass die Politik ja nichts Wesentliches zu sagen hat. Wir werden von 200 Milliardärkönigen regiert und nicht von der Politik regiert, sondern die Milliardärkönige sagen der Politik und den Journalisten, was sie zu denken haben und was sie für veröffentlichte Gedanken und Meinungen äußern dürfen und was nicht. Und sozusagen, und ja, also von daher ist also sozusagen das alles schon mal wieder die falsche Auffassung, diese ganze Kritik an der Politik ist auch wieder ein falsches Feindbild. Jedes Feindbild müssen wir beenden. Es gibt nur einen Feind, das ist das System der sozialen Marktwirtschaft und das System des Kapitalismus. Also dieses ständige Angreifen von irgendwas muss aufhören. Wir dürfen auch unsere Könige, unsere 200-Milliardärskönige nicht mehr angreifen, denn nur in der Versöhnung liegt der Weg zur idealen Gesellschaft sozusagen. Denn niemand kann was dafür, dass wir so dumm waren, alle so dumm waren, diesen teuflischen Kapitalismus mit all seinen Attentaten und Morden und den Querelen zwischen den Sklavenarmeen und so weiter erzeugt haben. Also wir haben ja den Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft erfunden und niemand sonst. Wir alle haben ihn erfunden und dadurch haben wir eine Spaltung erzeugt zwischen Milliardärskönigen und uns Sklavenarmeen. Und die einen sind dann jetzt halt die Sklavenhalter und die anderen die Sklavenarmeen. Und dieses Dagegenaufbegehren ist halt völliger Unfug, völlig irrational. Aber gut, und dann jetzt kommt noch die dritte Zahl hier. Die Caroline Matti bringt immer, das ist ein sehr süßes Mädchen, sehr hübsche junge Frau und so weiter. Und die plappert halt gerne rum und macht gerne solche Vlogs, also Videologs oder was, Videotagebücher. Und ja, und die bringt solche und natürlich ihre Ideologien, die bringt dann so Dinge wie, dass es immer Verrückte gebe und dass es natürlich wäre, dass es auch natürliche Verrückte gebe und so weiter. Und sie unterschätzt dabei völlig das, was wir natürlich längst wissen. Zum Beispiel Professor Feliz Czaka mit ihrer Ernährungspsychiatrie hat uns ja nochmal daran erinnert, dass wir schon lange wussten, dass also unsere krankmachende Ernährung, unsere gestreckte, mit Billigzutaten gestreckte Ernährung natürlich auch die Gehirne krank macht und zu Psychosen führt und beiträgt und so weiter. Man hat dann auch festgestellt, dass wenn man die Ernährung auf möglichst gesunde Ernährung umstellt, dass dann oft viele Psychosen verschwinden und so weiter. Und der Hanau-Schütze, der war garantiert, der hat garantiert viel Ungesundes, normales Ungesundes unserer Ernährungsindustrie, unserer kapitalistischen sozialen marktwirtschaftlichen Industrie gegessen. Und der ist nicht von Natur aus psychotisch, sondern der ist durch Ernährung, durch die kapitalistische Ernährung psychotisch geworden, aller Wahrscheinlichkeit nach. Vielleicht hat er ja auch ab und zu haschig geraucht und ist dadurch psychotisch geworden und so weiter. Ja, und dann besteht diese Caroline Matti unrealistischerweise irgendwo auch in ihren Äußerungen auf dem Recht auf Beleidigung. Sie beschwert sich, lamentiert so ein bisschen darüber, dass endlich, was ja gar nicht richtig ist, dass zum Beispiel Diffamierung im Netz von Politikern bis zu fünf Jahre Strafe bekommen soll oder auch auf Aufhetzung zu Straftaten eben bis zu fünf Jahre Gefängnis bekommen soll. Das möchte ich erst mal erleben, wenn das endlich mal umgesetzt würde. Im Fakt, wir werden erst dann eine richtige Gesellschaft haben, wenn unser Polizeisystem so ist, dass wir, sobald wir beleidigt werden im Internet, sofort einen Kriminalbeamten anrufen können und immer sofort jemand an der Leitung ist. Wir dann dem das im Internet zeigen, wo die Beleidigung ist und der macht einen kurzen Anruf bei der Firma, die diese Seite betreibt und entweder wird dann sofort der Beleidiger gesperrt und der Kommentar gelöscht oder die Kriminalpolizei nimmt einfach die Seite so lange vom Netz, bis die Sache gelöscht ist. Und dann wird sofort eine Strafanzeige gegen den Verfasser der Beleidigung gestellt und er wird sofort, die Polizei lädt ihn sofort und holt ihn sofort zur Gerichtsverhandlung und dann sozusagen, das wäre ein Rechtsstaat. Und dann werden wir nie wieder diese Spinner im Netz haben, die glauben, dass eine Beleidigung harmlos war und dass ihre Beleidigungen Meinungen wären und Meinungsäußerungen wären. In Wirklichkeit sind diese Leute alles kriminelle Beleidiger, die also denken, sie würden ja nur ihre Meinung äußern. Aber das hat ja unser ganzer kaputter Staat. Also das alles werden die zweiten Scientists for Future 2 natürlich auch, würden sie korrigieren und richten. Freie Meinung ja, aber die Leute im Internet wissen ja gar nicht, was ein Kommentar ist. Ein Kommentar, da gehe ich hin und jetzt mache mir Gedanken, aha, die Theorie der zweiten Scientists for Future 2 ist die von den Evolutionsprozessen in der Gesellschaft und dass eben uns schädigende geistige Inhalte sozusagen zu mehr Umsatz führen im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft und deswegen alles, was unser Leben zerstört und so weiter. Und dann müsste man darauf eingehen, müsste sagen, nein, diese Evolutionsverläufe verlaufen in Wirklichkeit nicht so, weil und so weiter. Das wäre ein Argument. Das wäre ein Kommentar und ein Argument. Aber so ein Kommentar kommt nicht, weil in unserer gesamten Gesellschaft die Mehrzahl der Leute hier, all diese Leute hier, wo sind sie, all dieser Teil der Gesellschaft hier, diese zwei Drittel der Gesellschaft offensichtlich überhaupt nicht wissen, was ein Argument ist und was eine Meinungsäußerung und ein Kommentar ist und was in Wirklichkeit nur Beleidigung, Diffamierung, Verunklimpfung, Herabwürdigung oder andere Dinge sind. Oder Rufmord ist und so weiter. Das wissen die einfach nicht, weil unsere gesamte Gesellschaft verlottert ist und unser Rechtsstaat ja sowieso völlig runtergekommen ist. Das muss halt alles wieder repariert werden. Ja, also das heißt hier, dann, wie geht es weiter? Ja, dann bringt die Caroline Matti noch so naive, eine unrealistische Sichtweise, dass also, sie schlägt so eine Art Wahrheitsfindungsmodus vor, man solle also alle Medien sichten und dann wäre die Wahrheit ungefähr im Durchschnittswert zu finden, also der Durchschnitt zwischen den verschiedenen Nachrichten und so weiter. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, wie ich eben schon gesagt habe, sind also nur sozusagen, ja, nur Wahrheit findet man nur dort, wo wirklich echte Wissenschaft betrieben wird, bei all diesen Leuten, die in der Tradition der Ideologie, ja, Kritiker oder Ideologie-Infragesteller sind und nicht, also auch wenn du hunderttausend Journalisten findest, jeder von ihnen kann ja nur seine persönliche Ideologie vertreten und das hat mit Wahrheit eben nie etwas zu tun, grundsätzlich nicht. Also ist dann auch der Durchschnitt, wenn sich tausend Ideologen äußern, habt ihr trotzdem wieder die Unwahrheit. Also haltet euch lieber an die zweiten Scientists for Future 2, da ist nun mal die einzige Instanz, die wenigstens noch, wenigstens sehr wahrheitsnah sein dürfte und ziemlich ideologiefrei die Dinge betrachten würde, kann. So, also soviel zu diesen Irrwegen. Ja, gut, weiter geht's im nächsten Video, gell? Bis gleich. Tschüssi.